hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ja wie nennen wir das ganze eigentlich vielleicht habt ihr gute ideen dann könnt ihr mir die gerne unten in die kommentare schreiben und dann könnten wir gemeinsam einen guten und passenden namen für dieses format finden würde ich mich sehr darüber freuen und ja heute ist der velociraptor dran er muss heute durch dieses labyrinth und einer von euch wird den velociraptor sozusagen übernehmen und er kann dann was gewinnen und ich würde sagen wir lassen ihn frei und dann sage ich euch wer von euch der velociraptor sein wird und zwar ihr habt wirklich sage und schreibe in circa zweieinhalb tagen fast 300 kommentare geschrieben also erst mal vielen 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 dank dass ihr so fleißig daran teilgenommen habt es macht hier wirklich spaß wenn ihr so aktiv mit am start seid und das ist wirklich eine bomben motivation für mich also vielen vielen dank und dieser velociraptor der wird sein der ex gar der heilige ich blende mal seinen kommentar jetzt hier ein hashtag velociraptor darf ich bitte der velociraptor sein please oder ein strutio sein wäre sehr cool ja du hast jetzt das glück du bist dieser velociraptor und ich würde sagen wir nennen ihn jetzt noch mal ganz schnell in den namen um ät ja der heilige so du nimmst jetzt teil hier und ich hoffe darauf dass der velociraptor es schnell durchs labyrinth schafft und du somit eine gute zeit bekommst und vielleicht hier etwas gewinnen kannst wäre doch nice so ich bring euch zurück sobald der velo im labyrinth ist und dann startet die zeit der velociraptor wird jetzt hier abgeliefert landet jetzt gleich und steht jetzt auf allen vieren und die zeit beginnt natürlich wieder sobald er mit dem gesamten körper das labyrinth betreten hat und äh edgar der heilige du hast hier auf jeden fall einen der favoriten gezogen denke ich weil der velociraptor ist ja wirklich aus den filmen und so weiter bekannt dass er sehr intelligent sein soll und eigentlich sollte so ein labyrinth keine probleme für ihn machen aber wir werden jetzt sehen wie er sich schlagen wird die zeit startet jetzt und der velociraptor scheint hier wirklich einen guten start hinzulegen er biegt hier auch nicht falsch links ab ähm die kamera ist natürlich diesmal ein bisschen reingezoomt weil sonst könnt ihr nicht viel erkennen hier weil der velociraptor ist natürlich ein wenig kleiner als der t-rex und äh aber ich versuche das einigermaßen gut hier zu regeln mit der kamera äh und ihr kennt ja auch das labyrinth schon aus ähm der folge davor also das sollte eigentlich kein problem sein ich zoome dann auch ab und zu mal raus damit ihr seht wie es dann weitergeht aber der velociraptor der macht es schlägt sich wirklich sehr sehr gut der zeitraffer ist leicht an das dürft ihr nicht vergessen leute aber er ist hier im ersten drittel noch kein einziges mal falsch abgebogen und ist wirklich straight durchgegangen das heißt er hat nach genau einer minute ungefähr das erste drittel hinter sich gebracht was sehr sehr gut ist wenn er so weitermacht und das ungefähr in drei minuten schafft hat er denke ich mal eine sehr sehr gute zeit erreicht er scheint hier auch wieder rechts nicht falsch abzubiegen er geht hier wirklich straight richtung ausgang also das mit der intelligenz scheint wohl kein gerücht zu sein also wirklich er läuft hier straight richtung ausgang das ist wirklich sehr sehr gut ähm edgarda ich denke das könnte wirklich ein top platz für dich werden wenn er so weitermacht aber man weiß ja nie ne vielleicht versagt er am ende aber wir wollen es ja nicht hoffen und äh er hat jetzt hier das zweite drittel nach etwas über zwei minuten auf jeden fall hinter sich gebracht wiegt jetzt hier wieder nicht falsch rechts ab weil das rechts wäre wieder eine riesige sackgasse gewesen das hätte viel zeit gekostet und er begibt sich jetzt auf jeden fall in das letzte drittel also das sieht wirklich sehr sehr gut aus aber wir sind jetzt hier knapp vor drei minuten also er muss sich jetzt beeilen um hier eine top zeit hinzulegen und äh er rennt aber auch schon also naja rennen kann man das nicht nennen also er läuft halt langsam aber er läuft auf jeden fall in die richtige richtung er ist nicht einmal falsch abgebogen bis jetzt und äh das bleibt hoffentlich auch so aber es scheint echt so also er läuft hier wirklich er hat einen sehr sehr guten Geruchssinn wie es scheint er läuft hier wirklich straight Richtung Ausgang nichts scheint ihn zu stoppen und er biegt auch hier wieder richtig ab also das wird wirklich eine Bombenzeit wahrscheinlich unter vier minuten falls er jetzt hier nicht nochmal stehen bleibt und dann sieht es wirklich sehr sehr gut aus für dich edgarda heilige das sieht äh also die chancen dass du hier einen preis gewinnst sind glaube ich recht hoch und die zeit stoppt jetzt und wir haben eine endzeit von drei minuten 52 sekunden und 23 hundertstel und ich denke das ist wirklich eine top zeit die der velociraptor hier hingelegt hat ihr seht schon ähm nahrung wasser und so weiter ist schon etwas gesunken das hat ihn wahrscheinlich auch angetrieben in das schöne gehege zu gehen wo es dann nahrung und wasser und sowas gibt ähm ich denke den vorteil hat auch der velociraptor weil die nahrung und das wasser sinken viel viel schneller bei dem velociraptor als beim t-rex ähm die beiden hatten natürlich am anfang die gleichen bedingungen waren beide voll gefuttert und äh hatten genug zu trinken aber ihr seht ja der velociraptor bei ihm sinkt es einfach schneller und er hat auch am anfang im eingangsbereich wirklich viel viel zeit ähm gewartet einfach bis er in das labyrinth betritt und die zeit startet ja erst bis das labyrinth betritt das sind alles so faktoren die mit einfließen aber das macht es ja auch natürlich spannend ne ähm edgar der heilige also deine zeit mit dem velociraptor wird jetzt dann gleich in die liste eingetragen und falls ihr auch mal einer der dinosaurier sein wollt die durch dieses labyrinth gehen dann bleibt einfach dran ihr könnt gleich erfahren wie ihr der nächste dinosaurier sein könnt und ihr könnt auch was gewinnen also die ersten drei also die besten zeiten werden dann einen kleinen preis am ende gewinnen also bleibt dran falls ihr darauf bock habt ja meine freunde ihr habt es gesehen der edgar da hat da wirklich eine top zeit hingelegt mit dem velociraptor und hat damit auf jeden fall eine super chance auf eine ersten drei plätze und kann damit eventuell dann ja auch einen gewinnen mit nach hause bringen ähm wie gesagt die ersten drei also die schnellsten drei dinosaurier ähm gewinnen auch einen kleinen preis und falls ihr auch einer der dinosaurier sein möchtet dann müsst ihr jetzt eben äh dranbleiben wir müssen jetzt erstmal den nächsten dinosaurier natürlich auslosen dafür drehen wir wieder unser kleines rad hier auf der seite und äh ich würde sagen wir drehen das jetzt erstmal und dann schauen wir wer der nächste dino ist so es dreht sich Leute trommelwirbel es wird uh der stegosaurus Leute der stegosaurus das wird sehr sehr interessant das ist auf jeden fall der erste pflanzenfresser in diesem wettbewerb und äh ich bin sehr gespannt ob er ja den velociraptor beziehungsweise die zeit von dem velociraptor schlagen kann und äh falls ihr beziehungsweise du der stegosaurus sein möchtet dann müsst ihr einmal Hashtag stegosaurus unten in den äh in die Kommentare schreiben und äh mit etwas Glück bist du dann der stegosaurus beziehungsweise ihr und äh dann könnt ihr auch was gewinnen wenn ihr schnell seid und natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen falls euch das video gefallen hat wenn ihr das video liked beziehungsweise abonniert und die glocke aktiviert falls ihr nichts mehr verpassen möchtet und ich würde sagen wir sehen uns dann äh wahrscheinlich wieder am wochenende bei unserem nächsten video und äh haut rein macht's gut bis dann und 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 und